so jo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal snipe battle gegen marco das wird hier jetzt wieder mal bin ich blöd was machst du denn ich habe dich getroffen aber egal alles klar alter heute heute gehe mal ab ich schnitzel ach endlich endlich wird auch zeit komm schon tomo trifft doch meine güte natürlich nur nur quickscopes leute ich glaube das haben sie jetzt nicht gewusst leute wir machen hier auf jeden fall einen hardscope klick okay ok ja genau hm hm was wollen wir machen last kill kickshot oder normal ist mir wurscht machen wir normal das ist auch der wenn er will ja hm 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 Ich treffe Komm schon alter Ah nein Ah shit Das läuft grad nicht so optimal für mich Aber ja gut Hä? Es geht, ich treffe dich die ganze Zeit man Ja Oh shit Ich treffe zwar aber Muss man ja keinem sagen oder so Hm Ich treffe dich ernsthaft, ich schuhe was Das gibt's gar nicht Liegt wahrscheinlich an deinem Internet Haha Genau, hast Vorteil Ist so Oh jetzt warte Weg Nein D ist er Okay Mit der kann man ja gar nicht snipen Gleich kann man da snipen Ach kacke man Bei mir stirbst du irgendwie erst viel später wie ich dich abschieße Echt? Kräftig Und erst zwei Sekunden später oder so kommt er ins Kreuz Haha, komm Okay Ne, das kann jetzt nicht dein Ernst sein Wie? Ja wie, ich hab das angeschaut Ja ich weiß Das war so schwierig Kurz und springen und dann gleichzeitig ein Quixcombe Das ging dann zu schnell, dann war ich zu schnell wieder unten Haha Ja okay War aber natürlich eine einmalige Sache Okay Ja Hey Was machst du da? Ich bin nicht die Tür Was? Ich bin nicht die Tür Haha Alter Fuck Langsam hol ich wieder auf Ja Ich spick mir den Tabak einfach selber ins Gesicht Haha Sollte man immer machen Könnt man sich da selber töten, das wäre voll lässig Das wäre richtig, richtig Welche Bitte das wäre Ja 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 Ich stirb schon auf einmal durch deinen eigenen Tamarok Aaaaah Alles klappt Äh Ach da unten Das Sicher Was solltest denn Nein, ich wollte auch nicht meine Schockladung werfen Haha Boah In der Luft Ihr habt dich gar nicht gesehen Toll Was? Hab dich gar nicht gesehen Was? Nein Oho Mich zugeflogen kam ey Die gackt ins Gesicht Nein Ah shit Nein Es war klar War klar Was? Alter Bin ich kacke oder? Hm Das ist lecks bei mir Was? 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 Nein, dein Ernst Oh, ich ist gerade leckt, warte mal Was? Lass mich kurz verstecken Kein Problem Jetzt geht's genau wieder Einigermaßen Oh, shit, man Nein Da hat er mich doch Shit, man What the fuck Ah, fuck So nicht, gell Kacke, alter Oh, shit, alter Der war heftig Oh Okay Was läuft eigentlich Ich hab Angst Ich hab's doch gewusst Oh, shit, alter Nein Fuck Angst Scheiße Oh, was? Der war voll Shit, ey Geh weg Lass mich in Ruhe Nein Oh, nein Boah, wie spannend, man Geh weg Nein Hör auf mit der Kacke, alter Ja, tu doch Boah, ich hab ihn Alter Nein 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 Alter Alter Holy Nein Nein Verpiss dich Nein Erfreih mich Zeig Hier läuft er nicht raus, ganz sicher nicht Ich kann sterb schminken Nein, ich dachte, ich komme vorbei Oh, shit, alter Was war das für ein Game Ich hab ja Wunderschön Und jetzt, da kommt er Ich dachte, ich komme da Oh, nein, alter Ich dachte, ich komme da locker Ja, egal Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute Wir sehen uns dann beim nächsten 1 gegen 1 Wieder Und ja Marco, da kriegst du die Schlussworte natürlich Was? Sorry, ob der gerade nicht zugehört